Rote Rosen, baldiges Babyglück in Lüneburg Der nächste Rote-Rosen-Nachwuchs steht schon in den Startlöchern. Doch bevor es soweit ist, wird es erst einmal dramatisch. Ende Dezember fürchtet Sarah, schwanger zu sein. Vor allem wirft sie aus der Bahn, dass Simon nicht gerade begeistert auf ihre Vermutung reagiert. Ein Schwangerschaftstest bringt zwar Klarheit, Sarah ist nicht schwanger, dennoch beschäftigt das Paar auch im Januar noch die Kinderfrage. Der Grund, Sarah erfährt, dass sie droht, unfruchtbar zu werden. Rote Rosen, Simon will kein Kind Fortan müssen sich Sarah und Simon darüber klar werden, ob sie wirklich schon bereit für Kinder sind. Denn wenn sie welche haben wollen, müssen sie jetzt mit der Planung loslegen. Punkt während Sarah für sich feststellt, tatsächlich gern ein Baby mit Simon haben zu wollen, ist diese jedoch nicht so sicher. Er will sich erst einmal auf seine Karriere konzentrieren. Für Sarah ein Schock. Schließlich schlägt Simon ihr vor, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Es wäre ein Ausweg aus ihrer doch recht komplizierten Situation. Allerdings schrecken die Kosten das Paar schließlich doch ab und es scheint, als müsse Sarah ihren Traum von einer eigenen Familie begraben. Rote Rosen, Hoffnung auf ein Baby Glücklicherweise greift David schließlich ein. Ein ausführliches Gespräch mit Simon bringt den Jungen. Man dazu, einzusehen, dass er noch einmal über das Thema Vater werden nachdenken sollte. Und das tut er, er will ein Kind mit Sarah. Sofort, heißt es in der ARD-Vorschau zu Rote Rosen. Kurz darauf zerschneiden Simon und Sarah symbolisch ein Kondom und schlafen zum ersten Mal ungeschützt miteinander. Wie es scheint, gibt es also bald ein neues Baby in Lüneburg. Ob alles so klappt, wie es sich Sarah und Simon wünschen? Das erfahren wir wie üblich montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten. Viel confidently schrecken! Nun ist er noch so lieDochen. Un an der Leerenstadion. Co.